Dieser Antrag markiert doch einen Tiefpunkt Ihres Verständnisses dessen, was Recht ist. Wenn also Antifa-Blöcke durch die Polizeiketten durchbrechen und mir dann der Grüne erzählt, dabei handelt es sich um kreative Bunte, auch wenn sie komplett in Schwarz kommen und Antifa-Banner umtragen, tut mir leid, dann zeigt das wie pervers diese Diskussion da. Glauben Sie, dass das Konzept der Sippenhaftung einem modernen Rechtsstaat entspricht? Die Zeiten der Sippenhaft sind leider vorbei. Und ich sage jetzt absichtlich nicht Flüchtlinge, denn ich glaube, es wäre sogar eine Beleidigung, echte Flüchtlinge mit diesen gewaltbereiten Migranten in einen Topf zu schicken. Wenn du nicht das vertrittst, was die generelle Meinung zu sein scheint, dann bist du undemokratisch, dann bist du ein Nazi und dann bist du ein Rassist. Machen Sie zukünftig bitte Politik mit Anstand. Danke. 2018 machen wir wieder Politik für Deutschland. Vielen herzlichen Dank und Tschüss.